Musik Gesetze, Vorschriften und unzählige Verordnungen. Und bei der Umsetzung kann man manchmal nur den Kopf schütteln. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Behörden? Der eine ist nicht zuständig, sondern der fühlt sich nicht verantwortlich dafür, gibt es weiter. Weil der eine im Urlaub ist und der andere ist krank. Als Normalbürger sieht man da manchmal gar nicht durch und versteht manchmal auch die Gesetze gar nicht. In anderen Ländern muss man zwei Jahre oder zwei Tage auf einen Antrag warten und dann geht es hier eigentlich noch ganz gut. So viel Auflachen, wie es da in Deutschland gibt, gibt es glaube ich nirgends. Und dann kommen noch so Sachen dazu, über die man sich ärgert. Ich habe einen vollglatzköpfigen, frisch rasierten Koch und muss 35 Euro Strafe zahlen, weil er keine Kochhaube aufhat. Also das sind Sachen, da fragt man sich grundsätzlich, ob das Sinn macht und da ärgert man sich halt dann schon. Herzlich willkommen, die Drehscheibe zum Ende der Woche. Ja, Sie haben sich bestimmt auch schon mal geärgert wegen Kleinigkeiten über Behörden. Das hier allerdings ist schon ein Hammer. Edeltraut Geiser traut ihren Augen nicht, als ihre Post öffnet. Die Stadt Sprockhöfel bekundet ihr Beileid und fragt nach der Sterbeurkunde ihres Mannes. Der ist allerdings quicklebendig. Wer hat den Rentner plötzlich für tot erklärt? Als das Ehepaar aus dem nordrhein-westfälischen Sprockhöfel wie immer am Monatsanfang gucken will, ob die Rente auf dem Konto eingegangen ist, bekommen die beiden einen riesen Schreck. Das stimmt aber auch nicht. Von der Rente kann ich überwiesen. Was fehlt Ihnen? 1.300 Euro fehlen uns dann. Miete muss bezahlt werden, Strom muss bezahlt werden. Am nächsten Morgen ist Post im Kasten, ein Brief von der Stadtverwaltung für Edeltraut Geiser. Schätzelein, ich habe Post gekriegt von der Stadt Sprockhöfel. Was Gutes oder was Schlechtes? Das kann ich dir nicht erzählen, das musst du selber lesen. Hans-Werner Geiser traut seinen Augen nicht. Für die Stadt schon. Sie bittet die Witwe um die Zusendung der Sterbeurkunde. Mir schreiben Sie hier, dass Herr Hans-Werner Geiser, ich, am 10.01.2016 verstorben ist. Und er möchte meiner Frau sein Mitgefühl aussprechen. Ich war richtig froh, dass mein Mann noch neben mir sitzt. Das ist ja schon ein Schrecken. Im Rathaus von Sprockhöfel erfährt der Tod erklärte, dass die Krankenkasse für den Irrtum verantwortlich ist. Ein Mitarbeiter der AOK hatte einfach eine falsche Taste gedrückt. Ein menschliches Versehen sozusagen. Vor unserer Kamera wollen sich weder Stadt noch Kasse äußern. Schriftlich drückt die AOK ihr Bedauern aus und entschuldigt sich persönlich mit einem Blumenstrauß. Fehler passieren immer in der heutigen digitalen Welt. Aber dass so etwas passiert, das ist doch ein bisschen makaber. Dem Ehepaar war nun klar, warum die Rente nicht mehr gezahlt worden war. Und dass im Falle seines Ablebens seine 66-jährige Frau tatsächlich nicht gut dastehen würde. Bei diesem Brief war ja sofort die neue Berechnung für meine Frau dabei. Und wenn ich dann sehe, wie wenig Geld die dann hat, wenn ich nicht mehr lebe, dann ist es schon komisch. Und dann muss ich noch irgendwas machen, dass wir noch zu Geld kommen, dass sie gut lebt, wenn ich nicht mehr da bin. Das Telefon klingelt in diesen Tagen oft. Es sind die trauernden Freunde, die vom angeblichen Tod des 69-Jährigen aus der Lokalpresse erfahren haben. Geyser, nein, ich bin's wirklich. Nein, ich bin wirklich dran. Inzwischen nimmt das Ehepaar die Sache mit Humor. Also, wollten alle sammeln für den Kranz und für Blumen, aber jetzt haben sie sich anders überlegt. Jetzt wollen sie Leichenschmaß mit mir feiern. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Traudl und Hans-Werner lassen sich nicht so schnell den Spaß am Leben nehmen. Seit 40 Jahren sind sie verheiratet und freuen sich schon auf ihr Fest zur Rubin-Hochzeit. Und wir wünschen ihnen noch ein langes Leben.